hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge von minecraft mini kraft 4 und erler vollkommen ob sie dann gefahren und das verteilt baut und ja heute sollte man ihm zu uns total gehen sondern er machten mal ja was cooles und zwar wegen schlafen aber wir brauchen heute den table und ja das wird auf jeden fall cool werden das soll jetzt auch mal so ein buch kraftigen table immer ja hier so keine bronze mint ist alles los ich habe jetzt mal hin in die ecke hier und jetzt am ende damit ja schon sehr viele regale werden das waren hier sechs bücher regale ich bin begeistert alle konsumsen neue kraft noch mal alles gut also jetzt auch das war genau 1 das ist richtig genial wie teuer die sie sind okay dann folgendes so war er hat ruhig angebracht oder nicht ich weiß es gar nicht scheint nicht so sehr gut da sind glühlaufen aus lol ich hab den mal ab auch schon richtig richtig extrem krass oh eine kuh solche mitnehmen so eine kuh an der anderen Seite brauche ich Leder ich hab nicht gesehen ich weiß nicht auch wenn ich mitnehmen keine ahnung an der anderen Seite brauche ich Leder ein paar Kühe oder so netter Game Mode kannst du keine Game Mode wechseln ist ok dann wachse so wachse dann muss man wahrscheinlich noch mal so einen eigenen Portalraum noch mal bauen na ah da habe ich noch keine Ideen nur wie immer wie viele Bücher brauchen eigentlich drauf 3, 6, 9 glaube ich ne oder oh war ich ja gar nicht ich vergesse das immer wieder das ist nicht so gut ich brauch noch Papier vielleicht kann man drum noch mal zu hohe Farben gehen vielleicht bin ich besser am Meer oder so mal schauen einfach mal gucken ich mach mal ne Kuh auf jede Kühe das sieht schon sehr verdächtig nach Spawn Deck aus aber hier hinten noch gucken oder so keine Ahnung wenn wir jetzt nicht aus dem Junkhaus laufen das wäre fatal das ist der Durchgang hier ne kein Zuckerer schade weil brauch ich das doch tja ist jetzt langweilig ich weiß nicht, ob wir auch nicht aus dem Junkhaus laufen ist das Problem na na naja ist mit dem Junkhaus das ist mit dem Junkhaus die Spielkonzeptung warum denn das ist mit dem Junkhaus das ist mit dem Junkhaus hier oder start mit dem eventuell warum nicht mehr und so eingeladen wird dann wir haben zufällig hier ein bisschen Zuckerrohr hat über Zuckerrohr gesehen das weiß ich nicht das kann doch nicht sein dass es so selten ist weißt du eigentlich sollte ich mich an einem automatischen Zuckerrohr-Farm bauen das kann doch nicht sein dass es so selten ist aber dafür erstmal Zuckerrohr hallo schwein oh wow wir haben nicht mehr zu essen ey schwer und das ist nicht gut heute haben wir mal in der Kiste war es noch na noch was zu essen und der ist ja geschwommen oh yes ich hätte ja nicht einfach nur an Fallschaden sterben sollen das ist ja kein Problem noch ertrinken das wäre auch lustig ein bisschen Goldfarm ha 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 das ist Schaden oh yes und tot wir haben unsere Energiepil aufgefüllt und wir sind hier wir sind einfach nur zu wachsen komm schauen und wachs jetzt endlich mal jetzt hier manch sind los ich habe jetzt mal ein Summler hin weil hier kann man büchere alle kriegen eine Hirnräuter wo sie zu nehmen wenn wir jetzt auch hier hin jetzt hier so ist eine gute Position und ja schade das war sogar nicht mit Bommel beschleunigen das heißt ja cool ich kann ich dir heute mal vorstellen wer ich finde keine Ahnung ich finde ich ja was interessantes oder ja schleuchten kann ja sein ne ich will ja gar nicht ganz gerne die Gameroll umstellen Gameroll bei den Sixpeed aber keine OP-Rechte das Problem ich brauche mal OP-Rechte weil ich immerhin keine Zeit dazu auch Häuser anzünden die ganze andere Leute die immer von selber kommen hier und eine OP bekommen Mini-Craft 1 und 3 in der OP dann springt alles Mini-Craft 2 ja auch in der YouTube's Fanboy Mini-Craft 2 die bekommt eine OP ich werde die nicht bei den vorgesetzt zu überspringen das ist aber wie ist das gewesen von dieser Folge Mini-Craft-Attack wenn mir das gefallen hat dann das eine positive Bewertung klaar Abbonni vergessen und tschüss